Nein! Nein, nein, nein! Egal, ich hab die Münze, aber bringt mir auch nichts, wenn ich Game Over bin. Scheiße. Ja gut, der Wichtdate war jetzt ja auch nicht so... anspruchsvoll. Vielleicht bleibt der Schalter ja zumindest betätigt. Dann spare ich mir ein bisschen Springerei. Ja, tu da. Das Alarm kann ich gleich auch ausschalten. Hallöchen! Zack! Die Seele gehört mir! Das ist aber ein Schalter, glaube ich. Ähm... So ein Zweiter? Ha! Aber wie? Hm. Hm. Die kann ich auf jeden Fall nicht betätigen. Hm. Bin ich blöd oder so? Hab ich irgendwas übersehen? Ja, das kann ich ja vergessen hier, ne? Hm. Hm, 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 hm. 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 Ach, Mann, das ist doch Kacke. Ah, weil ich da irgendwie, was auch immer da passiert ist, ey. Da krieg ich das Kotzen. Ein Leben hab ich noch. Ja, ich werd das Level mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nochmal neu machen müssen. Weil ich glaub nicht, dass ich das mit dem einen Leben hier schaffe. Vor allem wenn ich jetzt grad nicht weiß, wo ich hin muss. Ja, es waren auch so viele, beim letzten Level so viele dumme Lebensverluste. Das ist echt, das war... Ach, Mann, das nervt mich wirklich. Hm. Nein! Oh Gott, sonst fällt das nicht schon wieder runter, du Spacken, ey. Ah, ich bin jetzt grad so ein bisschen, weiß nicht, nicht so ganz begeistert von der ganzen Geschichte, was hier gerade passiert. Weil es hätte nichts Schlimmeres geben können, als dass ich jetzt noch ein Leben hab. Und ich weiß, wo ich hin muss. Was auch nicht so häufig der Fall war. Keine Ahnung, kannst du mal ausprobieren. Zack. Außer, dass ich grad ein bisschen über die Plästeller vorhat, da ist leider nichts passiert. Darüber hinausgehend. Was ist denn sonst noch hier irgendwo dran? Ich hab doch grad irgendwas gesehen, was man einsammeln kann. Ach, hier wartet nur. Hm. Oh. Ah, shit, 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 ey. Oben will doch keinen Sinn machen. Muss irgendwie... ... unten weiterkommen. Man kann auch... Alter, boah, mach keinen Scheiß, Alter. Ich kann grad sagen. Irgendwie... Ich kann doch nicht auf die Blätter des Propellers leider. Da müssen wir nach da hinten hinkommen. Was heißt, ich müsste das Ding irgendwie deaktivieren, meiner Ansicht nach. Aber so seh ich zumindest so. Das ist zumindest kein Schalter. Hm. Hm. So leid es mir tut, ich hab nicht noch eine Ahnung, was ich tun soll. Nein! Ach, ey, das ist echt diese Castlevania-Scheiße. Das ist echt, dass man nach Kilometern nach hinten fällt. Ach, Gott, ey. Pfff. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hab... Gar keine Idee. Also ich find... Nichts. Irgendwas... Ob ich hiermit irgendwas zu tun soll... Also das ist eine Scheibe, aber ich krieg's nicht kaputt leider. Warum auch immer. Also ich verschwinde jetzt so ein bisschen meine Munition, weil ich weiß, ich werd im Obergehen. Da wird nicht mehr viel passieren. Ob ich den Oberteil auch irgendwie deaktivieren könnte, ne? Ich wette, ich kann den Alarm irgendwie deaktivieren, aber ich hab irgendwas nicht gefunden oder... Irgendwas hat mich... Angesprungen. Nein, ist okay. Hm. Das nervt mich grad. Aber eigentlich nervt mich eher die Gesamtsituation und nicht die Stelle. Weil ich aber wirklich leider nicht in der Lage war... Entschuldigung. Das zu nem... ...guten Ende zu bringen. Das ist viel zu schnell. Hm. Hm. Ne, tut mir leid. Also ich... Ich werde... Oder... Oder hatte ich ja nur einen anderen Weg. Ne, das ist eigentlich nur der seitliche Weg gewesen. Vielleicht ist jetzt hier was passiert, weil der Alarm ausgelöst wurde. Das kann natürlich auch sein. Ich werd wahnsinnig. Es ist tatsächlich so, es ist tatsächlich so. Ich werd wahnsinnig. Das kann jetzt echt nicht sein. Klar, Alarm wurde ausgelöst, jetzt sind die beiden Spackos hier. Und ich krieg die drei Affen gefangen. Ich hätt mir ja so viel sparen können. Aber das ist... Da muss man erst mal drauf kommen. Ah. Ha. So gesehen nicht. Tut mir leid. In der Hoffnung hab ich zwar trotzdem keine mehr. Großartig. Aber wir zocken weiter. Okay. Sollten wir jetzt mal Energie besorgen, bevor ich jetzt weitermach. Denk ich. Und der Drops hat nämlich doch schneller gelutscht, als ich... ...verruten würde. Da ist noch ne Keksdose. Dankeschön. Ja, gib mir ruhig noch mehr. Ich... Ich... Ich kann doch bisschen was verkraften. So ist das nicht. Wo ist denn der Kack-Ufo jetzt? Wo tut der denn immer rum? Nerv' mich doch bitte nicht mit deinem scheiß Leben. Komm. So. Zack, nochmal zwei. Prrrrrr. Zwei. Zwei. Schau mir bloß nicht ab. Na, hier bin ich aber schön reingelaufen, ich Idiot. War mein Fehler. Komm, danke. So, Nummer drei. Hä? Hä? Und der nächste Bereich. Mit deinem Leben. Und drei. Drei Keks. Alter. Oh. Ich gebe nicht auf, ne? Ich gebe nicht auf. Keine Sorge. Die Frage ist nur, wie viele von den Bereichen kommen jetzt noch. Und reicht es aus? Um zumindest speichern zu können. Vielleicht bekomme ich dann auch ein geiles Item, ne? Weil irgendwas machen die ja jetzt ja gerade bei uns in der Werkstatt. So. Auf jeden Fall gerade schon mal direkt ein Affen gehört. Das heißt, er kann jetzt nicht so weit weg sein. Natürlich erinnert sich die Tür. Und einen eigenen Computer. Warum nicht? Okay. Bin ich gerade nur, wofür ist dann... Ach so, das ist auch noch einer. Ah, das ist glaube ich wahrscheinlich sogar der, oder? Kann das sein? Ach so. Okay, sorry. Mein Fehler. Wollen wir die Kamera drehen? Hilfe. Okay, der geht noch auf. Okay. Jetzt haben wir den hier schönes. Nein! Und noch einer weniger. Will, hier darf ich keinen spielen. Okay. So. Ach, okay. Jetzt haben wir ja die Johnnies. Oh, nun, wir kennen dich ja schon. Wunderbar. Vielen Dank. Ein Leben! Ich will das haben. Ich will das auf jeden Fall haben. Ja! Ja! Ach Gott, ich dachte, das wäre eine Tür. Aber ich habe gedacht, wir brauchen jetzt schon wieder eine Tür. Nee! Lass mal stecken, nur. Locker durch die Hose atmen. Da ist ein Affe. Was ist das? Er trägt Hitze nicht. Ja, okay. Das kann ich vergessen. Um Scheiß gehe ich denn, der noch in der Nähe hockt. Nein! Ja, dumm. Ich habe vergessen, dass ich ihn zweimal treffen muss, Idiot. Nein! Ich werde wahnsinnig, Alter. Es ist gut hier. Halt die Fresse. So. Wo hat er sich hinverpüßt? Wo ist er hin? Ach, der ist noch da hingelaufen. Okay. So schwer Kretze bekomme ich. Okay, so mache ich mich zum Stein. Ja, schön, wunderbar. Das war doch mal echt in Ordnung. Äh, jetzt habe ich aber hier noch was anderes gesehen, oder? War das nur der Bereich, wo ich schon war? Ah, ich hätte ihn da gedacht, ich hätte ihn da irgendwie so gelben Schein gesehen. Guck mal, hier werden die Ufos produziert von den Affen. Ah, ein Armut. Okay, das ist auch keine Tür. So, aber da ist jetzt ein relativ weiter Weg. Präferiere ich jetzt nun doch den Weg des Ruderhubreifens. Ich muss noch einmal vorsichtig sein, weil... Genau deswegen. Stopp. Achso, da unten ist er wahrscheinlich tot, ne? Weil ich jetzt einfach mal vermutet... Ich kann es halt nicht erkennen. Ja, das tut. Oder ein anderer Bereich, in den ich vielleicht gar nicht rein möchte. So, wie ist... Wie funktioniert denn das denn jetzt hier? Ich bin von da gekommen, richtig. Hallöchen. Alter, ich habe dich doch zweimal getroffen, Mann. Was ist los? Warum... Warum haben Spiele so oft Probleme mit der Kontinuität? Ich reile es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, wenn ich da getroffen worden wäre, hätte ich das vollkommen verstanden. So. Ich sehe dich zwar schon, Affe, ne? Aber ich kriege dich eh nicht gefangen. Ich kann sagen, es ist ein Fehler. Okay. Hier noch könnt ihr mich wahrscheinlich auch treffen. Ja, die muss ich doch irgendwie kaputt kriegen. Wie wäre denn Perspektive schon eine Wegfinde? Das will ich haben. Jedes Goldstückchen zählt. Oh, komm, wir haben auch noch eins. Ho, ho. Dankeschön. So. Das sind nervige Drecksviecher, wisst ihr ja da eigentlich. Mag ich auch mal so, 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 so Ganni nicht. Mag ich euch. Gut. Gut. Ähm. Ja. Weg. Weg, weg. Nichts Schlimmes mehr. Oh, irgendwas drin. Wie habe ich so... Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Ganz ehrlich. Ich schieße da ja mal, irgendwas gegen was explodiert. Erstmal, also ohne Explosion vielleicht. Nein, aber hier vielleicht. Nein, ist alles nur Fassade. Ich hätte dir einfach Mühe gegeben bei den Sprites oder bei den Texturen, besser gesagt. Also auch immer so, 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 so ein plästischen Eins-Geheimnis, ne? Sachen, mit denen man interagieren kann oder die man zerstören kann, sehen immer anders aus. Also zumindest, solange es polygonale Grafik ist, natürlich. Ich spiele wahrscheinlich kein Klavier mehr. Nein! Äh, wo schießt du denn jetzt? Achso, da. Wo ist das? Ich habe keine Ahnung. Nun, ja. Hauptsache der Schalter ist betätigt.